Ich habe mit ihm heute noch nicht gesprochen, wir haben gesagt, wir warten einfach ab, wie alles sich entwickelt, wie er gestern das Training verkraftet hat und heute wird er nochmal mit den Ärzten, mit der medizinischen Abteilung nochmal sich unterhalten und dann werden wir gemeinsam dann entscheiden, was wir dann morgen machen und wie gesagt, wir gehen da kein Risiko ein. Es ist so, dass er eine große Karriere, eine lange Karriere noch vor sich hat und ich hoffe auch, dass er irgendwann mal dasteht, wo Robert Lewandowski gestern gestanden ist, weil gerade jetzt auch wieder hat sich gezeigt, in seiner Reha, was für ein Profi er ist. Er ist schon jetzt sehr, sehr weit, er hat eine ganz andere Fitness sogar als vorher, also er ist schon da nochmal einen Tick weiter, hat sich da wieder verbessert und das sind einfach Voraussetzungen und es ist schön, sowas zu sehen, mit so Spielern auch trainieren zu können, weil sie einfach immer mehr, immer, ja, jeden Tag sich verbessern wollen, jeden Tag mehr aus allem herausholen wollen und das sind die Voraussetzungen, die wir hier brauchen, solche Spieler und deswegen hoffe ich natürlich, dass er sehr schnell bei uns wieder ist, aber ob das jetzt für morgen reicht, das kann ich noch nicht sagen. Ja, man kann sagen, Leverkusen ist eine sehr spielstarke Mannschaft und wie Sie gerade eben auch gesagt haben, mit einem sehr, sehr guten Lauf. Sie haben Selbstvertrauen, das spürt man bei ihnen, wenn man die Spiele anschaut und ja, einfach auch die Idee, die sie spielen, die sie auf den Platz bringen, ist gut. Sie sind ja auch eine Mannschaft, die auf Ballbesitz spielt und durchaus auch in der Lage ist, ja, dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken und darüber hinaus natürlich auch sehr schnell umzuschalten mit vorne, mit den, ja, sehr, sehr schnellen Außenstürmern. Also von daher ist es wichtig für uns, dass wir eine gute Restverteidigung haben, dass wir wenig, das habe ich schon öfters gesagt, wenig Ballverluste haben und natürlich auch uns, unsere Stärke im Spiel einfach auch zeigen mit Ball. Und wenn jeder von uns bei 100 Prozent morgen agiert, dann wird es auch für Leverkusen sehr schwer, uns zu schlagen.